Fünf Dinge, die man beim Vanlife braucht. Omnia-Backofen. Das ist ein portabler Gasbackofen für unterwegs. Perfekt für Zimtschnecken, Brötchen oder einen Auflauf. Staubsauger. Unser ist klein und handlich, hat ordentlich Power und damit saugen wir fast täglich einmal durch. Campingstühle und Tisch. Schnell aufgebaut, ein Muss, um es sich draußen an der frischen Luft gemütlich machen zu können. Tagesdecken. Nutzen wir als Picknickdecke oder abends, wenn es kalt ist. Starke Magnete. Damit lassen sich wunderbar nasse Handtücher oder die Wetsuits nach der Surf-Session draußen aufhängen. Und das sind's.